Er schickt eine E-Mail an seinen Kollegen. Sie vereinbart einen Termin beim Arzt. Sie vereinbart einen Termin beim Arzt. Ich lerne neue Vokabeln für den Test. Wir diskutieren das Problem in der Besprechung. Ich beende das Projekt diese Woche. Wir besuchen die Großeltern zu Weihnachten. Er läuft jeden Morgen eine Runde im Park. Sie erklärt ihrem Bruder die Hausaufgaben. Ich warte auf den Bus an der Haltestelle. Wir treffen uns um 17 Uhr im Park. Er schläft am Wochenende bis 11 Uhr. Ich besorge noch Milch und Brot aus dem Supermarkt. Wir nehmen den Bus zur Arbeit. Er trinkt morgens gerne Kaffee. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Wir kochen heute Abend Spaghetti. Er spricht fließend drei Sprachen. Sie besucht ihre Freundin, die krank ist. Sie besucht ihre Freundin, die krank ist. Wir bezahlen die Rechnung nach dem Essen. Wir bezahlen die Rechnung nach dem Essen. Ich bestelle ein Buch aus dem Online-Chip. Ich bestelle ein Buch aus dem Online-Chip. Wir besuchen am Sonntag das Museum. Wir besuchen am Sonntag das Museum. Er liest die Nachrichten jeden Morgen online. Er liest die Nachrichten jeden Morgen online. Sie sucht nach einem neuen Job. Sie sucht nach einem neuen Job. Ich benutze meinen Laptop für die Arbeit. Ich benutze meinen Laptop für die Arbeit. Wir teilen die Aufgaben gerecht auf. Wir teilen die Aufgaben gerecht auf. Ich lese meinem Kind jeden Abend eine Geschichte vor. Ich lese meinem Kind jeden Abend eine Geschichte vor. Er übersetzt den Text ins Englische. Er läuft jeden Morgen im Park. Wir laufen ins Kino. Wir laufen ins Kino. Ich gehe nach Hause. Er zieht den schweren Koffer. Er zieht den schweren Koffer. Das Auto fährt in die Garage. Das Auto fährt in die Garage. Wir gehen zusammen ins Kino. Wir gehen zusammen ins Kino. Ich kehre am Abend nach Hause zurück. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Das Flugzeug startet in wenigen Minuten. Er fährt nach Süden. Er fährt nach Süden. Wir laufen durch den Wald. Wir laufen durch den Wald. Ich kehre zurück nach Hause. Ich kehre zurück nach Hause. Das Flugzeug startet vom Flughafen. Sie gehen entlang der Straße. Sie gehen entlang der Straße. Das Kind rennt in die Küche. Das Kind rennt in die Küche. Er kommt durch den Wald. Der Zug fährt aus dem Bahnhof hinaus. Der Zug fährt aus dem Bahnhof hinaus. Das Fahrrad steht vor dem Haus. Das Fahrrad steht vor dem Haus. Ich komme gleich aus dem Laden. Ich komme gleich aus dem Laden. Er läuft die Straße entlang. Er läuft die Straße entlang. Wir steigen in den Bus ein. Wir steigen in den Bus ein. Wir gehen den Fluss entlang. Wir gehen den Fluss entlang. Ich renne schnell zum Bahnhof. Ich renne schnell zum Bahnhof. Ich gehe die Treppe hinunter. Ich gehe die Treppe hinunter. Wir fahren mit dem Zug nach Hamburg. Wir fahren mit dem Zug nach Hamburg. Wann stehst du morgens auf? Wann stehst du morgens auf? Ich stehe um 8 Uhr auf. Was machst du nach dem Frühstück? Was machst du nach dem Frühstück? Ich lese die Nachrichten. Wer kocht das Mittagessen? Ich koche meistens das Mittagessen. Ich koche meistens das Mittagessen. Was machst du nach dem Mittagessen? Was machst du nach dem Mittagessen? Ich mache ein kurzes Nickerchen. Ich mache ein kurzes Nickerchen. Schaust du abends fern? Ja, ich sehe eine Stunde fern. Ja, ich sehe eine Stunde fern. Wann gehst du ins Bett? Wann gehst du ins Bett? Wann gehst du ins Bett? Ich gehe um 11 Uhr ins Bett. Was machst du ins Bett? Was machst du, bevor du schläfst? Ich lese ein Buch. Putzt du dein Zimmer jeden Tag? Putzt du dein Zimmer jeden Tag? Nein, ich putze es einmal in der Woche. Wer wäscht die Kleidung im Haus? Meine Mutter wäscht die Kleidung. Machst du Sport zu Hause? Machst du Sport zu Hause? Ja, ich mache jeden Morgen ein Wurkut. Ja, ich mache jeden Morgen ein Wurkut. Wie oft gehst du einkaufen? Ich gehe einmal pro Woche einkaufen. Ich gehe einmal pro Woche einkaufen. Was machst du nach der Arbeit? Was machst du nach der Arbeit? Was machst du nach der Arbeit? Ich gehe spazieren oder treffe mich mit Freunden. Ich gehe spazieren oder treffe mich mit Freunden. Machst du Hausaufgaben zu Hause? Machst du Hausaufgaben zu Hause? Ja, ich mache meine Hausaufgaben nachmittags. Wie oft gießt du die Pflanzen? Wie oft gießt du die Pflanzen? Ich gieße die Pflanzen zweimal pro Woche. Ich gieße die Pflanzen zweimal pro Woche. Trinkst du Kaffee am Morgen? Trinkst du Kaffee am Morgen? Ja, ich trinke jeden Morgen eine Tasse Kaffee. Hast du einen festen Plan für den Tag? Ja, ich plane meinen Tag jeden Morgen. Ja, ich plane meinen Tag jeden Morgen. Wer macht das Frühstück zu Hause? Wer macht das Frühstück zu Hause? Meine Mutter macht meistens das Frühstück. Meine Mutter macht meistens das Frühstück. Liest du am Abend ein Buch? Liest du am Abend ein Buch? Ja, ich lese oft ein Buch vor dem Schlafen gehen. Ich trinke ein Glas Wasser vor dem Schlafen gehen. Ich trinke ein Glas Wasser vor dem Schlafen gehen. Ich sehe nach dem Abendessen fern. Ich esse zu Mittag in der Kantine. Ich esse zu Mittag in der Kantine. Ich erinnere mich mit dem Schlafen gehen. Ich fahre mit dem Schlafen gehen. Ich fahre mit dem Schlafen gehen. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Der Garten ist schön. Der Garten ist schön. Die Blume riecht gut. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Blumen sind bunt. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Ich habe denальный Tag vorbereitet. Ich koche gern italienisches Essen. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Ich habe heute viel gelernt. Ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Ich mag dein Lächeln. Ich mag dein Lächeln. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Es gibt viele Bäume im Park. Es gibt viele Bäume im Park. Der Zug ist pünktlich. Der Zug ist pünktlich. Ich werde bald nach Hause gehen. Ich werde bald nach Hause gehen. Die Katze schläft auf dem Sofa. Der Kaffee ist heiß. Der Kaffee ist heiß. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Die Blume duftet gut. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Das Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Der Schnee fällt leise. Der Schnee fällt leise. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Die Uhr ist stehen geblieben. Der Kuchen ist fertig. Der Kuchen ist fertig. Ich habe den Boden gefegt. Ich habe den Boden gefegt. Der Baum ist grün. Der Baum ist grün. Ich habe den Staubsauger benutzt. Ich habe den Staubsauger benutzt. Der Zug fährt pünktlich ab. Der Zug fährt pünktlich ab. Ich habe das Bett gemacht. Der Tisch ist sauber. Der Tisch ist sauber. Die Uhr zeigt die richtige Zeit. Die Uhr zeigt die richtige Zeit. Ich habe das Fenster aufgemacht. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. hinterlassen und so verholden. Ich lese ein Märchen. Ich lese ein Märchen. Ichliese ein Märchen. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich sitze auf dem Sofa. Ich lese die Nachrichten. Ich fahre mit dem Zug. Die Uhr zeigt drei Uhr. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich kaufe Obst und Gemüse. Der Tisch ist aus Holz. Der Tisch ist aus Holz. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist breit. Die Straße ist breit. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Die Bäume sind hoch. Die Bäume sind hoch. Die Blumen duften gut. Ich trinke heißen Tee. Das Auto ist schnell. Er schickt eine E-Mail an seinen Kollegen. Sie vereinbart einen Termin beim Arzt. Ich lerne neue Vokabeln für den Test. Wir diskutieren das Problem in der Besprechung. Ich beende das Projekt diese Woche. Wir besuchen die Großeltern zu Weihnachten. Er läuft jeden Morgen eine Runde im Park. Sie erklärt ihrem Bruder die Hausaufgaben. Ich warte auf den Bus an der Haltestelle. Wir treffen uns um 17 Uhr im Park. Er schläft am Wochenende bis 11 Uhr. Ich besorge noch Milch und Brot aus dem Supermarkt. Wir nehmen den Bus zur Arbeit. Er trinkt morgens gerne Kaffee. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Wir kochen heute Abend Spaghetti. Wir kochen heute Abend Spaghetti. Er spricht fließend drei Sprachen. Er spricht fließend drei Sprachen. Sie besucht ihre Freundin, die krank ist. Wir bezahlen die Rechnung nach dem Essen. Ich bestelle ein Buch aus dem Online-Chip. Wir besuchen am Sonntag das Museum. Er liest die Nachrichten jeden Morgen online. Sie sucht nach einem neuen Job. Ich benutze meinen Laptop für die Arbeit. Ich benutze meinen Laptop für die Arbeit. Wir teilen die Aufgaben gerecht auf. Wir teilen die Aufgaben gerecht auf. Ich lese meinem Kind jeden Abend eine Geschichte vor. Ich lese meinem Kind jeden Abend eine Geschichte vor. Er übersetzt den Text ins Englische. Er läuft jeden Morgen im Park. Er läuft jeden Morgen im Park. Er läuft jeden Morgen im Park. Wir laufen ins Kino. Wir laufen ins Kino. Ich gehe nach Hause. Er zieht den schweren Koffer. Er zieht den schweren Koffer. Das Auto fährt in die Garage. Das Auto fährt in die Garage. Wir gehen zusammen ins Kino. Wir gehen zusammen ins Kino. Ich kehre am Abend nach Hause zurück. Ich gehe zur Schule. Das Flugzeug startet in wenigen Minuten. Das Flugzeug startet in wenigen Minuten. Er fährt nach Süden. Er fährt nach Süden. Wir laufen durch den Wald. Wir laufen durch den Wald. Das Flugzeug startet in wenigen Minuten. Ich gehe zurück nach Hause. Ich kehre zurück nach Hause. Ich kehre zurück nach Hause. Das Flugzeug startet vom Flughafen. Das Flugzeug startet vom Flughafen. Das Flugzeug startet vom Flughafen. Sie gehen entlang der Straße. Das Kind rennt in die Küche. Das Kind rennt in die Küche. Er kommt durch den Wald. Der Zug fährt aus dem Bahnhof hinaus. Der Zug fährt aus dem Bahnhof hinaus. Das Fahrrad steht vor dem Haus. Das Fahrrad steht vor dem Haus. Ich komme gleich aus dem Laden. Ich komme gleich aus dem Laden. Er läuft die Straße entlang. Er läuft die Straße entlang. Wir steigen in den Bus ein. Wir steigen in den Bus ein. Wir gehen den Fluss entlang. Wir gehen den Fluss entlang. Ich renne schnell zum Bahnhof. Ich renne schnell zum Bahnhof. Ich gehe die Treppe hinunter. Ich gehe die Treppe hinunter. Wir fahren mit dem Zug nach Hamburg. Wir fahren mit dem Zug nach Hamburg. Wann stehst du morgens auf? Wann stehst du morgens auf? Ich stehe um 8 Uhr auf. Was machst du nach dem Frühstück? Was machst du nach dem Frühstück? Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Wer kocht das Mittagessen? Wer kocht das Mittagessen? Ich koche meistens das Mittagessen. Ich koche meistens das Mittagessen. Was machst du nach dem Mittagessen? Was machst du nach dem Mittagessen? Ich mache ein kurzes Mittagessen. Ich mache ein kurzes Mittagessen. Schaust du abends fern? Schaust du abends fern? Ja, ich sehe eine Stunde fern. Wann gehst du ins Bett? Wann gehst du ins Bett? Ich gehe um 11 Uhr ins Bett. Ich gehe um 11 Uhr ins Bett. Was machst du, bevor du schläfst? Was machst du, bevor du schläfst? Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Putzt du dein Zimmer jeden Tag? Putzt du dein Zimmer jeden Tag? Nein, ich putze es einmal in der Woche. Wer wäscht die Kleidung im Haus? Wer wäscht die Kleidung im Haus? Meine Mutter wäscht die Kleidung. Meine Mutter wäscht die Kleidung. Machst du Sport zu Hause? Machst du Sport zu Hause? Ja, ich mache jeden Morgen ein Wurkut. Ja, ich mache jeden Morgen ein Wurkut. Wie oft gehst du einkaufen? Wie oft gehst du einkaufen? Ich gehe einmal pro Woche einkaufen. Ich gehe einmal pro Woche einkaufen. Was machst du nach der Arbeit? Was machst du nach der Arbeit? Ich gehe spazieren oder treffe mich mit Freunden. Ich gehe spazieren oder treffe mich mit Freunden. Machst du Hausaufgaben zu Hause? Machst du Hausaufgaben zu Hause? Ja, ich mache meine Hausaufgaben nachmittags. Wie oft gießt du die Pflanzen? Wie oft gießt du die Pflanzen? Ich gieße die Pflanzen zweimal pro Woche. Ich gieße die Pflanzen zweimal pro Woche. Trinkst du Kaffee am Morgen? Ja, ich trinke jeden Morgen eine Tasse Kaffee. Hast du einen festen Plan für den Tag? Ja, ich plane meinen Tag jeden Morgen. Ja, ich plane meinen Tag jeden Morgen. Wer macht das Frühstück zu Hause? Meine Mutter macht meistens das Frühstück. Meine Mutter macht meistens das Frühstück. Liest du am Abend ein Buch? Liest du am Abend ein Buch? Ja, ich lese oft ein Buch vor dem Schlafengehen. Ich trinke ein Glas Wasser vor dem Schlafengehen. Ich trinke ein Glas Wasser vor dem Schlafengehen. Ich sehe nach dem Abendessen fern. Ich sehe nach dem Abendessen fern. Ich esse zu Mittag in der Kantine. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich sitze auf dem Schlafengehen. Ich sitze auf dem Schlafengehen. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Der Garten ist schön. Der Garten ist schön. Die Blume riecht gut. Die Blume riecht gut. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Wetter ist auchчно. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Blumen sind bunt. Die Blumen sind bunt. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Ich gehe in die Stadt. Das Baby schläft. Ich gehe in die Stadt. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich habe dort noch mal geschehen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Ich gehe ins Bett. Ich habe heute viel gelernt. Ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Ich mag dein Lächeln. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Es gibt viele Bäume im Park. Es gibt viele Bäume im Park. Der Zug ist pünktlich. Der Zug ist pünktlich. Ich werde bald nach Hause gehen. Ich werde bald nach Hause gehen. Die Katze schläft auf dem Sofa. Die Katze schläft auf dem Sofa. Der Kaffee ist heiß. Der Kaffee ist heiß. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Die Blume duftet gut. Die Blume duftet gut. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Das Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Der Schnee fällt leise. Der Schnee fällt leise. Die Uhr ist stehen geblieben. Die Uhr ist stehen geblieben. Der Kuchen ist fertig. Der Kuchen ist fertig. Ich habe den Boden gefegt. Ich habe den Boden gefegt. Der Baum ist grün. Der Baum ist grün. Ich habe den Staubsauger benutzt. Ich habe den Staubsauger benutzt. Der Zug fährt pünktlich ab. Der Zug fährt pünktlich ab. Der Zug fährt pünktlich ab. Ich habe das Bett gemacht. Ich habe das Bett gemacht. Der Tisch ist sauber. 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 Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. Ich lese ein Märchen. Ich lese ein Märchen. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Die Uhr zeigt drei Uhr. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Der Tisch ist aus Holz. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist breit. Die Straße ist breit. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Die Bäume sind hoch. Die Bäume sind hoch. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Ich trinke heißen Tee. Ich trinke heißen Tee. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell.